Schon wieder bin ich zu spät ins Bett und hatte zu wenig Schlaf. Für ein Frühstück reicht es wohl nicht mehr. Das hole ich mir auf dem Arbeitsweg. Auf meine zwei Kapseln Padma 28 Active will ich auf keinen Fall verzichten. Ich liebe mein Leben auf der Überholspur. Der nächste Termin im Büro ruft bereits. Gerade vor Abgabeterminen sind alle unter Druck. Da brauche ich ein intaktes Immunsystem und einen aktiven Energiestoffwechsel. Mein Geheimrezept sind meine Kräuterkapseln mit Vitamin C. Dieses schützt meine Zellen. Wieder war ich den ganzen Tag in Meetings und vor dem PC. Jetzt ist es Zeit für Bewegung, denn ich will den Halbmarathon in drei Monaten schaffen. Durch all die Umweltgifte, die Meetings und den Sport läuft mein Körper auf Hochtouren. Hier benötigt mein Immunsystem besonders Unterstützung. Padma 28 Active ist mein Begleiter. Die Polyphenole und Bitterstoffe sind für mich wichtig. Und das enthaltene Vitamin C schützt meine Zellen vor oxidativem Stress und unterstützt mein Immunsystem.